und wir sind zurück bei meinem minecraft display aber diesmal zeige ich euch was ich schon so alles geschafft habe also folgendermaßen ich habe bisher herausgefunden wie wir in die andere welt gekommen sind wo schon sachen gebaut werden und sowas ja ganz einfach man muss einfach eine block konstellation machen den jeder welt möglich ist also jede zum beispiel müssen wir jetzt die steine abbauen dafür hatte ich den ersten stein haben wir abgebaut jetzt ist der zweite dran achtung gleich haben wir das auch so jetzt gehen wir in diese block formation und schließen uns ein sie ist es hier sehr dunkel drinnen das problem können wir fixen indem wir es machen alles was wir jetzt machen müssen ist uns wieder herausgraben das geht natürlich auch sehr einfach indem wir ganz einfach graben so und los geht es wo sind wir das sieht komisch aus hallo hallo das macht nichts hier sind bäume also wir können überleben ich will gar nicht in diese welt was ist das denn unterliegen sachen nein 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 wir müssen weg hier schnell weg ab in die nächste welt wir können hier nicht bleiben so wir werden uns jetzt wieder raus bilden ich glaube nicht dass es die welt ist sicher oder ja auch wir haben es geschafft so und damit herzlich willkommen zu einer servatür zuerst stellen wir das ffw auf 100 und so kann ja niemand spielen ähm ja wo fangen wir denn an ich würde sagen ich direkt mal zum sporn das karte ich raus ähm weil die reise dorthin vielleicht ein bisschen langweiliger ist also sehen wir uns dort so äh da sind wir auch schon wieder ich habe es bis zum sporn geschafft ähm jetzt fragt euch sich an warum bist du so auch und da hat man schon gesehen wo ich bin und vielleicht hört man das schon ähm ich bin hier und das hier ist eine ganz einfache eisenfarm aber die ist im moment außer betrieb ähm um genau zu sein wurde sie in ihren betrieb genommen also was born angeht der ist irgendwo da unten das heißt diese eisenfarm liegt in spornschranks ähm unser spawn wird von so einem kleinen fluss umbrungen was ich sehr nice finde ähm aber warum läuft die eisenfarm nicht ja das ist ganz einfach ich habe keine villager ähm sondern creeper was ich ziemlich schade finde ähm deswegen haben wir hier diese hieslige plattform aufgebaut ähm um ein paar zombie villager zu bekommen allerdings haben wir leider noch keine gesehen ähm ich sag ziemlich oft, ähm fällt mir gerade auf wir haben allerdings ähm schon öfter versucht zombie villager zu kriegen wir sind da schon ziemlich oft gewesen und mit wir war ja nicht äh meyer und ich das wisst ihr wahrscheinlich nicht wer meyer ist das ist wie ein typ ähm und das sag ich wieder ähm wir haben hier oben eine plattform gebaut wenn wir da oben stehen dann sind wir genau 128 blöcke überm boden das heißt äh keine mobs können mehr unter der höhe unter der erde spawn das heißt alle mobs sind ähm gezwungen da drin zu spawnen aber das funktioniert nicht so ganz, beziehungsweise es funktioniert super aber es baut nicht das was wir wollen und da sehe ich schon was deswegen schwimmen wir nicht durch Wasser denn die mobs mögen mich nicht wär ich wunder naja auf jeden fall gucken wir uns das mal kurz an das ist mit zombie abgenossen komm mal hier hin okay wir gehen da nicht hin ähm so weiter im text äh und ich sag echt auf der ich hab weder Fallschuhe sollte nicht so schlimm sein aber wir fallen hier nicht runter ähm und da ist es eben wieder ich sollte langsam aufhören das zu kommentieren hier ist auf jeden fall mein Inventar ähm mh hier ist äh hier sind ein paar Eisenstangen usw die man normalerweise nicht im Inventar hat aber jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich warum hast du das im Inventar ähm oh gott es wird Nacht das zeige ich euch denn auf so einem Minecraft-Sower wird auch gebaut welch wunder und da können wir gleich mal hier vorne anfangen irgendwo da hinten ist noch ein unfertiges Haus von irgendjemandem den ich nicht kenne also ich kenne ihn schon aber ich hab nicht viel mit ihm zu tun weil das Haus noch unfertig ist werde ich da jetzt nicht hingehen weil das schon eine Weile weg ist von hier aus vielleicht eine Minute äh hier ist ein Berg und dieser Berg ist handgemacht von mir mit einem Ding mit einem Häuschen äh eine Art Pseudo Fischer also es ist eine Art Pseudo Fischer hier war nämlich dieser See und ich wollte irgendwas da hinklatschen weil die anfängliche Idee für diesen Server war eine Stadt zu bauen aber im Moment haben wir noch recht Probleme damit ähm also ich hab hier so einen Fischer hingeklatscht mit so ein paar Bergen usw äh nichts großes und da hinten sehen wir auch schon ein Haus und ein paar Ölensysteme äh Trick F3 und A lädt die ganzen Chunks neu äh denken wir ist auf jeden Fall ein Haus und bevor es irgendeiner meiner Freunde kommentieren muss ja das hab ich nicht selber gebaut also ich hab's schon selber gebaut aber ich hab's kopiert von jemandem also das Design ähm wir werden jetzt auf jeden Fall darüber gehen und ich seh euch drüben so und jetzt sind wir schon fast da meine Fps gehen grastisch auf 30 runter ähm der Cut gerade eben war vielleicht etwas ungünstig gesetzt denn man hat gerade so gesehen wie diese Lava Lampe runter geht ähm die Idee von der Lava Lampe habe ich von Minecraft reddit scheiß drauf ähm dieser Zaun hingegen da war meine Idee nur das Haus da nicht der Vorgarten schon ähm und dann musste ich hier maßstabsgemäß hinschreiben im Keralis Design und die ganzen Material und da haben wir auch schon erst einen Besucher ja ich werde dieses Let's Show nicht alleine kommentieren wir haben auch ein paar Zischen und Stöhnen da da hab ich einen Zombie-Villager eingeschwert ähm hier haben wir ein Haus ziemlich leeren Kuchen lecker schmecker äh Pumpkinpie und Keller der Keller ist jetzt nicht das größte er ist ein bisschen bunt ähm hier haben wir eine Map und diese Map die ist äh klein im Verhältnis zu vielen anderen Maps äh hier haben wir eine Stadthalle die ich im Moment baue der hätte ich vielleicht eben noch zeigen können denn wir sind eben von dort losgeschwommen von dort oben da ist nämlich dieser Pseudofischer äh hier ist der Fluss vom Swown ähm hier haben wir eine Art Steg äh oder oder äh Promenade was einfach nur eine Plattform ist im Moment der weiße Punkt da ist Fliegler Gravel den man mithilfe von zwei zwei Blöcken hohen Pflanzen machen kann ähm eine Brücke und das hier ist so eine Art Hafenmauer ich ich hatte vor eine Hafenmauer Virus 2170 zu bauen was mir leider misslungen ist äh hier haben wir ein großes Haar was für naja also Helikopterlandeplätze haben und sowas dazu kommen wir gleich hier haben wir noch was dazu kommen wir auch gleich also hier ist der Lagerraum von mir und Maya wir haben so eine Art Koalition gegründet von wegen ähm also wir wollen eine Stadt bauen was ich schon erzählt oh mein Weizenfeld wir haben eine Koalition bauen und ähm was labere ich eigentlich für eine Scheiße wir wollen eine Stadt bauen mit verschiedenen Teams hier sind ein paar Peelz ja Peelz ähm und Lukas Windel Lukas spielt auch hier auf dem Server hier habe ich eine Scharfarm und so weiter und so fort ähm hier haben wir ein Labyrinth und auf einmal bleibt stehen hier ist eine unsichtbare Wand also wir wollen eine Stadt gründen mit verschiedenen Teams hier geht es zu einem Zombie-Spawner mit einem Tiny-Mob-Software von Mambo-Jumbo ähm ich sollte vielleicht mal anfangen meine Sätze zu binden also wir wir bauen eine Stadt in verschiedenen Teams aber in einer gemeinsamen Stadt keine Ahnung äh und in den Teams teilt man sich untereinander praktisch nur die Materialien was im Moment nicht wirklich der Fall ist oh noch mehr Besuch wow na wenn das mal kein Zufall ist alles gespielt so äh lecker schmecker Spinnauge Stein äh lecker schmecker Spinnauge hier haben wir eine kleine ordinare Baumfarm also ähm man kann das hier ist by the way Meyers Haus was nicht wirklich fertig ist weil im Moment sind wir alle sehr inaktiv auf dem Server und ich bin so ein Suchti aber ich spiele im Moment auch nicht auf dem Server aber da hinten haben wir den Fischer und da hinten haben wir die Stadthalle die man nur aus dem Winkel so gesehen kann oh jetzt brennt sie weg äh da unten haben wir ein Hühnchen und da ist eine hieslige Brücke äh das ist nur eine Notlösung und die ist gerade eben ein bisschen komisch beleuchtet naja Buckcraft halt äh also Meyers unfertiges Haus da oben kommt noch eine Glaskuppel drauf glaube ich ähm und dann geht es auch direkt schon weiter hier haben wir einen Pool mit ein paar Lapis-Blockern lecker schmecker eine Kuhfarm das hier war schon mal so überfüllt dass das aber abgestürzt ist auch wenn mein PC jetzt nicht gerade so schlecht ist ähm jetzt nehmen wir hier Stangen lecker schmecker ich hätte vielleicht schlafen sollen ach egal ähm ich höre einen Zombie da hinten ist er auch schon dann gehen wir mal kurz zur Stadthalle ähm ich bin für gewöhnlich nicht gut im Bauen aber ich finde die Stadthalle ganz nice ja ich finde sie ganz nice die Brücke hier habe ich gebaut die ist jetzt auch nicht gerade so wunderschön aber ähm hier haben wir besagten Steg Promenade-Ding und besagte Hafenmauer wo noch ein paar Dinger fehlen Zäune äh hier wollte ich hier wollte ich so ein Türmchen bauen so ein Abwehrturm wo man so reingehen kann allerdings ist der ziemlich groß geworden ziemlich mhm ziemlich fett äh ich lass ihn vielleicht so ich lass ihn vielleicht nicht so auf jeden Fall ist man hier oben von Mob sicher von Mob sicher wie auch immer oh Freunde oh Zombie-Villager ja die Zombie-Villager spawnen immer hier oben halt hier oben auf der Plattform oh lecker schmecker und mich wundert es warum ich lag auf meinem eigenen Server kriege also ich rede von Server lag FPS lag ist kein Wunder hier haben wir eine Stadthalle von innen mit so ein paar Büschen lecker schmecker oh Brunnen der ist jetzt nicht so besonders aber ich mag's ich frage mich was passiert wenn wir okay ich hab den Banker fix danke den aber auch ähm und jetzt ist das dann wieder da noch ein bisschen Pumpkinpil und wir laufen die Straße lang ähm auch wenn auch wenn wir viel Essen haben also hier von wegen Meier und ich hab ich irgendwie immer Probleme mit Essen ähm also ich hab jetzt vielleicht 31 Pumpkinpil was so gut ist wie Steak aber trotzdem die Brücke hier hab ich gebaut die Lichter da unten gehen nur an ähm wenn's Nacht ist machen aber kein Licht zur Außenwelt auch wenn's jetzt so aussieht aber das ist ein Lightbug sieht man hier hier ist dunkel wenn ich die Slap weg mache hell ist das nicht schön finde ich auch ähm ne ich mag den Effekt von daher aber die Brücke finde ich noch nicht so geil und hier erkennt man wahrscheinlich schon was es ist wahrscheinlich nicht ich bin mir ziemlich sicher dass man's nicht erkennen wird ich hab's selbst nicht erkannt es ist also ich 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 muss mich jetzt outen ich gucke keine Hauer mit der Mauer also ich weiß wie die Leute da heißen aber ich guck die Sendung nicht ähm das hier ist ein Gebäude von Lukas und Philipp spielen beide auf dem Server weil ich wundere ähm und laut denen ist es das sogenannte McLaren's so ne Bar wo die Leute da halt immer hingehen und so weiter ähm das es sieht wunderschön aus ist auch total sicher hier kommen wir zu zu Philips Haus also ähm wir nennen's Philips Haus auch wenn irgendwie 4 oder 5 Leute wohnen ähm es wären Philipps welch Wunder Lukas so ein Typ namens Daniel äh so ein Typ namens Jan genau wie ich aber ich bin nicht der das ist ein anderer Jan hat mir mal einen Namen geklaut ich mein ähm und die haben hier so einen schicken Lagerraum wie man's nimmt und ne Spinne die auf Speed ist wirst du Speed ähm hier haben die einen Hebel der ist dazu da dass achja Bjarne wohnt ja auch noch drinnen Bjarne ist so ein Lappen nein ist er nicht er ist cool ähm achte mal auf die Tür da hinten auf zu auf zu das ist dazu da um Bjarne daran zu hindern dass er hier reinkommt haben sie mir zumindest gesagt weil er nicht diesen Amboss benutzen soll ähm das respektiere ich auch weil niemand will dass einem der Amboss gebraucht wird und keine Ahnung ob man Bjarne vertrauen kann ich glaube schon Bjarne ist ein ganz okayer Typ ich rede ein bisschen zu viel über Bjarne und da müssen wir schon wieder was essen ich hab 25 Level sehe ich gerade ich sollte vielleicht bald mal verzaubern gehen ähm und da sind auch schon unsere nächsten Kommentatoren äh ich meine ich meine ich meine ups aber das lässt sich fixen ähm sehr einfach sogar mach hier Fackel mach da Fackel mach da Fackel so äh hier haben die so ein schönes Gemälde von dem Weaver äh also die wollen so einen Luxus wieder bauen wie Tony Stark hat also Mr. Iron Man ähm keine Ahnung sieht gut aus würde ich sagen mit dem ganzen Weiß was mich nur wundert ist das hier Wolle benutzen und da Quarz auch wenn ich das Quarz eigentlich benutzen könnte nein ich brauche das Quarz nicht aber vielleicht auch ähm ups so ich würde sagen wir schauen uns mal im Haus um das ist ein Raum der Raum hat ein Loch der Raum hat kein Loch oh die haben das Loch gefixt sehr schön ähm der nächste Raum das voll special weil den habe ich eingerichtet für jemanden ähm auf dem Server und zwar Lukas weil der ist so ein Hydropie so ein Mudkip Fighter und Mudkips mögen Wasser so habe ich seinen Raum geflutet mhm mit oder weniger mit Erlaubnis mehr oder weniger mit Erlaubnis ähm hier haben die so ein Enchantment Table Scheiß drauf eine leere Kiste mein Lieblingsraum und ein Balkon dann ist unser nächster Kommentator ähm ich hoffe die haben ihre Mikros an beziehungsweise nehmen die Mikros mit auf Audiospur halt äh das hier ist deren altes Lager oh nächster Kommentator yeah man sieht die leuchten das hier schön aus nackerschmecker ähm ich würde sagen ich würde sagen also die haben gesagt die wollen den Raum nicht mehr und so sieht das auch aus ähm und jetzt schauen wir mal auf deren Dach da haben sie so einen schönen Canopy Tree beziehungsweise Dark Oak glaube ich heißt der hier sehen wir auch die Helikopter Plattform in ihrer wahren Größe ähm in ihrer wahren Größe ja dann sehen wir das ganze hier nochmal von oben und dann dann sehen wir noch ein paar Schafe Kürbisfarm eine Reed Farm äh hier Zeug hier so Zuckerrohr eine Weizenfarm äh wo auch äh auf das schüchterne Weizen oder wie ich das Video gemacht habe aufgenommen wurde ich weiß gar nicht ob ich das Video oft nicht gelistet habe vielleicht habe ich es falls ich das habe dann wird das heute öffentlich an dem Tag wo ich das hier ablaude ähm das ist im Prinzip alles was wir zu unserer Stadt haben was das Straßensystem angeht wir haben keins wir haben nur ein Straßendesign und das ist jetzt auch wirklich nicht so reich wie man hier sieht äh pro Meter zwei zwei Stormbrick Stairs wow lag äh zwei Stormbrick Stairs das könnte man auch noch unterbrochen haben und drei Cobblestone Slubs ähm jetzt muss ich euch noch den geheimsten Ort der Geheimlichkeit zeigen ich kann euch aber leider nicht zeigen wie man da hinkommt ähm wo wir schon mal hier sind schmecker ähm hier ist by the way das Haus von oben mit meinem besten Freund dem Esel also gehen wir wieder nach unten essen bisschen Pumpkin Pee und das hier war unsere erste Höhlentour meine meine die war genau hier als ich den Keller buddeln wollte ich hab gesagt ja Meier ich mach jetzt mal ein bisschen Speedmining ich renne in die ersten ich renne in den ersten Zweig der Höhle direkt Diamanten gefunden voll episch das hier ist Bike Storage wir haben ein paar Steine manchmal gibt es immer eine Silk Touch der ist zufälligerweise auch Sick Touch One hier haben wir ne äh ne Farm für Sachen äh das ist voll gut hier haben wir ein automatisch Brewing System für Water Breathing Potions die man seit der 1.7 machen kann eine Enchantment Table ähm Melonen äh Kürbis und äh Zuckerauf haben da oben alles automatisch die wird einmal pro Tag geerntet ähm so und ich würde sagen wir sehen uns wieder wenn wenn wir im geheimen Raum sind der irgendwo hier liegt äh also bis gleich würde ich sagen so und da sind wir auch schon wieder äh ich bin jetzt im Eingang vom geheimen Raum ähm irgendwo liegt der Keller ups ähm auf jeden Fall gehen wir jetzt runter das habe ich gemacht nachdem ich die Schafe angemacht habe was man vielleicht schon sieht da 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 ok ist das Wolle ähm das ist immer ein Trick der in den Snapshots der 1.7 noch funktioniert hat man man nehme äh ne Karte ähm er stellt sie im Meter äh geht in die Oberwelt guckt auf keinen Fall drauf vergrößert sie dann hat man ne komplett leere Karte wenn man die dann in so ein Itemframe packt dann äh wird das komplett und durch äh wird das komplett durchsichtig und alle Entities äh dahinter werden nicht mehr gerendert also sind sie unsichtbar dazu sehen auch Spieler als sieht man das funktioniert nicht mehr die Karte ist leer aber man kann trotzdem nicht durchsehen auf jeden Fall hier haben wir unser Anti-Terror HQ ähm falls Lukas mal irgendwas verbrechen sollte hier haben wir lecker Schmöcke Trinkgas äh beziehungsweise ähm Gift äh Stacheln beziehungsweise Langsamkeitstränke Flashbang beziehungsweise Splash Portion of Harming äh by the way das hier sind keine Dispenser das sind Dropper das heißt äh die Portion wird nicht auf einen selber zugeschmissen hier ist Lukas möglicher Unterschlupf äh und das ist das ist nämlich sein Haus ich freu mich ob die Map ja die Map update sogar wenn ich sie jetzt anschaue ähm dann lassen sie wir sie mal ganz kurz updaten die Map ist schon älter ziemlich viel älter ähm dann haben wir Lukas letzten Standort und ich glaub auch die Map hier wird updaten ähm nein mehr oder weniger egal ähm dann haben wir hier ein Teleportort äh was Enderperlen sind haben wir ein paar dann haben wir Antidote was Milch ist äh einige werden voller Leicht äh wissen dass wenn man Milch trinkt alle Trank-Effekte gelöscht werden hier haben wir Dynamit um Wände und Türen äh äh einzureißen dann haben wir hier Antifeuerspray kann sich denken was das macht das ist eine Fire Resistance Potion haben wir hier eine Verkleidung falls man mal einfach nicht erkannt werden darf und jetzt sieht man schon werde ich nicht erkannt niemand weiß wer ich bin nicht mal mein Name steht über meinem Kopf weil ich Wunder ähm wir wollen die Verkleidung nicht anziehen auf jeden Fall haben wir mehrere Verkleidungen natürlich weil das wäre ja verleglich wenn jeder dieselbe Maske aufhätte zu guter Letzt haben wir eine Spritze für Speedboost ähm Posch noch Swissblast und hier ist noch nichts ähm ja wenn ich mich nicht irre äh haben wir jetzt soweit alles für die Server-Tour die ich heute mal spontan aufgenommen habe weil ich kann ähm ja schönen Tag noch in so einem Bullshit-Ding keine Ahnung äh ciao